Ich spiele heute die Alice Wick, die ist hauptberuflich Model und es bahnt sich eine kleine Liebesgeschichte, die allerdings nur von ihrer Seite ausgeht, in Richtung Rebecca von Lahnstein an. Also das ist glaube ich heute nicht mein Kostüm. Eigentlich will sie glaube ich nur im Model Business weiterkommen und versucht da einfach ihre Wege durchzubringen und durchzusetzen. Und ja, sie nutzt ihre Reize ganz schön aus und gibt da ganz schön Gas. Der Stoff ist echt der Wahnsinn. Steht dir auch gut. Findest du? Das Kleid ist ja ein totaler Traum. Ja, das ist das Abschlusskleid für die nächste Kollektion. Als ich gehört habe, dass du Chefdesignerin wirst, dachte ich jetzt geht es mit LCL richtig bergauf. Die Schnitte sind einfach der Wahnsinn. Danke. Findest du es steht mir? Sehe ich daran nicht irgendwie fett aus? Was? Bist wunderschön, mach dich nie verrückt. Außerdem mag ich Frauen, die wie Frauen aussehen. Bitte. Vielleicht kriegen wir das sogar unter, am Anfang des Gesprächs, weißt du, dass du mal hinten fasst und dann erinnern wir uns, ach so, da hat sie das vielleicht eingehängt oder so. Oder? Mhm. Also sie ist mit ihren Haaren verhakt am... Ja, ja. Findest du dich kennst du denn? Ja. Freust du dich auf heute? Ja. Super. Wird auf jeden Fall lustig. Hier sind so viele Chaoten. Geiles Ergebnis. Ja, auf jeden Fall. Bis später. Hier geht natürlich alles total schnell und hier weiß jeder genau, was er zu tun hat. Es gibt also alle Locations sitzen und es ist was ganz anderes, aber eine tolle Erfahrung, macht echt Spaß. Ja, dankeположier可以 proposing Vermont. Ja, Danke, tack. Wie Basicgarten hierPPenend, chainsaw forever. Bauchtsкая offensiviert werden. Untertitelung des ZDF, 2020